Hallo liebe Fitnessfreunde, wir sind wieder für euch da. Wir wollten uns zunächst einmal bei euch bedanken für das erste Lockdown, wo es schon war und für eure Treue. Wir wollten euch auf jeden Fall sehr danken. Und leider sind wir wieder hier. Jetzt ist es zum zweiten Mal, aber anstatt uns negative Gedanken darüber zu machen, können wir es sowieso nicht ändern. Nehmen wir unsere Energie und machen ein kurzes, knappes Workout, wie wir das von mir kennen. Ich habe wieder jeweils fünf Übungen für euch. Jede Übung geht dreimal. Das ist wieder mit 30 Sekunden Power, 15 Sekunden Pause. Und nach dem dritten Mal machen wir eine 45 Sekündige Pause und springen in die nächste Übung. Dann fangen wir gerade an. Ich zeige euch erst die erste Übung. Klenk, Liegestütze vor Zwirbeln. So sieht die erste Übung aus. Dann fangen wir gerade an. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Umruhen. So, bis zum nächsten Mal. Runde Nummer 2 Runde Nummer 3 Wir starten die letzte Runde zur Erhöhung Bis zum nächsten Mal. So, somit wird die erste Übung kommen. Die zweite Übung wird so aussehen. Zack, zack, rechts, links. Zeig's nochmal. Wir kochen das Dörfer dringend nur an der Matte und im Stuhl. Und der Rest ist eigen. Da war der Weg. Wir kochen das Dörfer. Dörfer dringend, Dörfer dringend, Wolle herr, Wolle herr, Wir kochen den Fett. Dörfer dringend, Wolle herr, wolle herr. Und der Lecker dringend, wird wieder ihr gucken. Die zweite Übung ist fertig. Bis zum nächsten Mal. Und Runde Nummer 3. Wir sind mit der Jürgen auch schon wiederum. Wirklich komplett hochzählt die Knie. Und hoch. Zweitens, wir werden wir aufdrehen. Kurz ausschütteln, ein bisschen was teken. Die nächste Ebung zeigt sich vor. So. Und Runde. Und Runde. Und Runde. Mal sauber. Und Runde. Und Runde. Und Runde. Und Hattest of one hands. In Your Leg. And Runde. In Your Leg. And Runde. And Runde. Wirklich versuchen mit Schwung zu kommen. Wirklich, wirklich, wirklich. 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 Wirklich, 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 wirklich, wirklich. Wirklich, wirklich. Wirklich, wirklich. Wirklich, wirklich. Wirklich, wirklich. Wirklich, wirklich, wirklich. Wirklich, wirklich. Das sind wir auch schon bei der letzten Runde für die Abübung. Und dann nochmal zusammenreißen und so holt euch die Energie. Lasst euch nicht abdenken, das ist eure Zeit. So, dann sind wir schon durch. Die letzte Übung wird etwas für den Bauch sein. Beide hoch und zack. Zu seinem Ende. Kopf nicht ablegen. Immer das Verspannung im Körper. Und hoch und hoch. Wie gesagt, immer Spannung im Körper. Kopf immer hoch und hoch. Schön langsam. Auf Wiedersehen. 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 Und das letzte Mal und dann sind wir zurück. Und komm, jetzt machen wir die letzte Treppe. So, da war das erste Werkfahrt auch schon fertig, da werden wir durch. Wie gesagt, ihr könnt hier gerne mitmachen, damit ihr euch wieder fit in unserem Studio baldmöglich begrüßen könnt. Euer Simon und bis bald. Adios! Als er die Gute hat, dann wird es so schön. Wie gesagt, ihr könnt ihr euch noch mal auf dem Spielern. Da war es ein bisschen. Ich bin der Tag für den Tag. Ich bin der Tag. Vielen Dank.